Willmar ist da? Ja, die Willmar ist da. Was gibt's denn heute im Fernsehen? Komm, wir zappeln mal durchs Programm. Ja, so wie jeden Abend. Wen ziehst du vor? Einen hübschen Mann oder einen klugen Mann? Weder noch. Ich liebe nur dich, wie dich ich liebe. Mit dir ist es aber auch ganz nett. Mir tanzet eine Tanz. Was hab ich gesagt? Mir tanzer. Ja, wieso regst du dich so oft? Erst sag ich mir tanzer, dann verstehst du's nicht. Dann sag ich mir tanzer. Und was sagst du dann? Wir tanzen. Ja genau, das sagst du. Ja, aber wir tanzen doch jetzt. Ja, aber ich will's sagen. Ja, dann sag's doch. Wir tanzen jetzt. Willi! Wir haben Tag mit Tanzen. Aber wir haben doch getanzt. Willi! Was muss eine Frau zuerst ausziehen, um ihren Mann ins Bett zu kriegen? Keine Ahnung. Warum? Den Stecker zum Fernseh. Dann gibt's jetzt eben keinen gemütlichen Fernsehabend, sondern offenen Krieg. Oh ja. Von Angesicht zu Angesicht. Willi! Willi! Ich will jetzt ne Lösung. Willi! Geh mir gerne da jetzt durch!